Hallo. Bevor es losgeht, hier eine kleine Warnung. Das folgende Video enthält sensible Themen, die den einen oder anderen triggern könnten. Empfindliche Menschen sollten deswegen überlegen, vielleicht ein anderes Video zu schauen. Hiermit seid ihr gewarnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Creepy König. Ich schaue herab auf meine vielen Jünger, die mir zum erneuten Aufstieg verholfen haben. Und es war ein langer Weg dorthin. Allein das erste Mal, als sich meine Herrschaft des Bösen antrat. Schwer hatte ich es nicht. Durch meinen gottgleichen Ursprung und meine nahezu endlosen Beziehungen, war es mir schnell gelungen, an die Macht zu kommen. Und diese Macht schien unendlich. Ich war das mächtigste Wesen auf der ganzen Welt. Was hätte ich nicht alles tun können? Ich hätte so viele Menschen ums Leben kommen lassen können, wie ich wollte. Ich hätte die ganze Welt mit einem Augenzwinkern verbrennen lassen können. Aber ich tat es nicht, denn ich fand es viel lustiger, die Menschen vor Angst erzittern zu lassen. Vor mir, dem Meister. Sicher gab es auch ein paar Mutige, die versuchten mich zu ignorieren oder mir meine Position als Oberhaupt abzuerkennen. Aber sie alle sind gescheitert. Jahrelang herrschte ich aus über mein Reich und machte viel von dem Guten, das mein Vorgänger während seiner Herrschaft vollbracht hatte, zu Nichte. Und niemand konnte mich aufhalten. Ich spürte, wie die anderen Regenten und Könige hinter meinem Rücken schlecht über mich redeten und mir heimlich den Tod wünschten. Aber wenn sie mir gegenüberstanden, dann heuchelten sie mit gezwungenem Lächeln ihre Sympathie vor, denn sie wussten, dass sie mir gnadenlos unterlegen waren. Zugegeben, ich war nicht besser. Am Anfang meiner Regentschaft log ich die Menschen auch an und versprach ihnen, dass das Blutbad, welches dieses Reich die letzten Jahrhunderte über angerichtet hatte, nun vorbei wäre und sie durch mich den Frieden auf der ganzen Welt bekommen würden. Und diese Idioten haben es tatsächlich geglaubt. Sie sind tatsächlich auf all meine Lügen reingefallen. Auch als ich grausamerweise befahl, keine oder nur noch wenige Menschen aus anderen Reichen in unseres zu lassen, um die Sicherheit für jeden hier zu gewährleisten. Keiner meiner Vorgänger war jemals so mutig oder wie viele sagten, dreist in seinem Handeln gewesen wie ich. Ich war schon in die Geschichte als eine der übelsten und grausamsten Kreaturen aller Zeiten eingegangen. Aber dann war die Zeit gekommen, als ich meine Macht verlor. Anscheinend war das Volk doch nicht so dumm und feige, wie ich es eingeschätzt hatte. Ja, diese Menschen darf man doch nicht unterschätzen. Sie hatten gemeinsam beschlossen, mich meines Amtes als Höllenfürst zu entheben und dadurch, dass meine Feinde in der Überzahl waren, waren sie mit diesem Vorhaben tatsächlich erfolgreich gewesen. So musste ich Platz machen für einen anderen Anführer. Dieser war ein unscheinbares, altes Männlein. Wie konnte man ihn nur zum Herrscher machen, fragte ich mich. Aber nun gut, die Würfel waren gefallen und die Leute versuchten, mit ein erdenklichen Mitteln zu verhindern, dass ich jemals wieder aus meiner Versenkung aufsteigen und wieder über die Welt herrschen würde. Sie klagten mich wegen einer Vielzahl von Sünden an, die ich zugegeben auch begangen hatte. Ja, diese armseligen Schwächlinge dachten, wenn sie mich für meine unzähligen Verbrechen bestrafen, dann würde ich nie mehr zurückkehren. Wie falsch sie damit lagen, würde sich noch zeigen. Das Böse in seiner dunklen Reinheit ist nicht aufzuhalten. Die Wege des Teufels sind listig und gewitzt. So gelang es mir, meiner Strafe immer wieder zu entgehen, indem ich meine dämonische Macht dazu nutzte, jegliche Ereignisse, während der über mich gerichtet werden sollte, immer weiter hinaus zu zögern, bis es zu spät war. So schaffte ich das, was die Menschen in ihrem naiven Glauben an das Gute und die Gerechtigkeit nicht für möglich gehalten hatten. Ich stieg wieder auf und sie alle standen wieder unter mir. Ja, nun bin ich zurück und diesmal werde ich bleiben. Niemand wird mich aufhalten. So viel steht fest. Ich werde der Welt nicht verzeihen, dass sie mich von meinem rechtmäßigen Thron gestoßen und mich in den Untergrund gestoßen hat. Das kleine bisschen Gnade, das ich früher noch in mir hatte, ist aufgebraucht. Ich werde die Menschheit, ich werde die ganze Welt endgültig in der Dunkelheit verschwinden lassen, ohne dass auch nur ein Lichtstrahl zur Erhellung übrig bleiben wird. Nur wer an mich glaubt und bereit ist, mir bedingungslos zu dienen, wird verschont werden. Der Rest wird von mir und meinen Dienern vernichtet werden. Das schwere ich beim Fegefeuer. Die Zeremonie zu meiner Machterhebung hat schon vor Stunden stattgefunden. Wie diese Schafe geglotzt haben, als verkündet wurde, dass ich erneut die Führung des Planeten übernehmen werde. Richtig niedlich, diese Maden mit ihrem Zorn und ihrer Angst in ihren kleinen wertlosen Herzen. Ich schaue auf den großen Kalender an der Wand. Wir schreiben den 6. November 2024 und es ist offiziell. Das Böse ist wieder an der Macht. Eine meiner Untergebenen nährt sich mir vorsichtig und mit Angst in den Augen, während ich voller sadistischer Vorfreude hinausschaue auf die Welt, die nun wieder mir gehört. Mit piepsiger Stimme und einem verkrampften Lächeln auf dem Gesicht, wispert die kleine zierliche Frau in dem mausgrauen Kostüm. Herzlichen Glückwunsch, Mr. President. Das Böse ist wieder an der Wand.